Auch wirklich mit dem anderen reden, ob du wirklich vorbei bist. Genau, ich wollte gerade sagen, Marcel, zieh nicht links rüber. Der kommt jetzt an mir vorbei. Positiv, seh's. Der ist jetzt neben dir. Wenn du jetzt langsamer wirst, bevor rein... Genau. Ja, ich bin extra weiter nach rechts gefahren. Ja, super gemacht. Immer noch nicht vorbei. Nee, ich bin nicht wieder hinter Mr. Kelp. Noch nicht vorbei, jetzt ist er vorbei. Ich kann... Ich seh dich nicht in meinen Spiegel, weil meine Ladung ist so breit. Kannst wieder reinziehen, Marcel. Müsstest mich jetzt eigentlich sehen können? Ähm, nee, seh dich nicht. Ich war gerade auf der Nebenspur. Ja, ich muss gerade achten, dass ich nicht Marcel drauf habe. Ach so, gut, dann hat die Bremse... Ich bin bei 90, was willst du denn überhaupt? 260, dann klebt die an der Stange. Ja, das ist halt dieses Synchrone. Unsychrone. Ja, was ist das mit dem Unsychronen, mit dem Server? Genau, da kann man da nichts gegen machen. Gar nichts. Ich seh dich nicht. Meine Ladung ist so breit, dass ich mich in den Spiegel überhaupt nicht sehe. Wow! Voll in mir drin, Unfall. Anhalten? Ja, ich hab auch noch mal 34 Prozent Schaden. Du bist mir voll in den Raum gefahren. Ich hab das gemerkt in den Rock. Ja. Aber noch kann ich fahren. Bei mir geht auch keiner. Du bist bei mir auf einmal plötzlich den Gebiet, Marcel. Ja, du bei mir auch. Und dann stand dich drin. Hatte Leck. Ja, hab ich gesehen. Okay, jetzt... Ja, fahr, fahr. Ich halte jetzt dieses Maß ein bisschen mehr Abstand. Kannst fahren. Müssen aber... Oh, mein Getriebe hört sich gar nicht gesund an. Ja, müssen in die Werkstatt. Lkw! Leider noch einer. Geschenke. Noch einer. Ein pinker. Oh, Mann. Ja, noch einer. Boah. Leider noch einer. Ja, ein Convoy. Ja, Convoy. Kommt noch einer? Ja, einer kommt noch. Ja, ich seh's. Da kommt noch einer. Dann kann ich ja gleich rechts bleiben. So, das war's erstmal. Nee, oder? Nee, da kommt noch einer. Mann, zieh dir jetzt. Obwohl ich nur über die Spur fahre. Du hast schon, um dir Platz zu machen. Du bist ein Volltrottel, ey. Sorry, liebe Tuschauer, für das Husten. Wie gesagt, Erkältung. Halbster Silv, die beschweren dich darüber. Die freundlich Kasse, die ich endlich wieder hören dürfe. Nee, man entschuldigt sich trotzdem. Oh, ich hab eine Motorfehlfunktion. Oh. Sagst du, wieso? Kann man die nächste Stadt auffahren? Äh, anfahren? Nö, nö, noch geht das. Also, bis zu meinem Ziel würde das wohl noch gehen. Na, komm. Ich hab mich vom Gast gehen. Fahr mal vorbei hier. Er ist vorbei. Nö, ne. Er leckt bei mir. Er ist vorbei. Turbofreak. Mit Turbo, das kommt mir bekannt vor, ne? Hm. Ja, ach, Turbo-Biene. Ja. Der verfolgt uns. Schöne Grüße an Turbo-Biene. Ich glaube auch nicht, dass er das sieht. Man weiß es ja nicht. Ja, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Der freut sich. Ja, ich war ein Video. Zumindest ein Anfang dessen habe. Freut, dass ich wie einen Honigkuchen fähre. Ja. Äh, Mr. Kerr. ja ja obwohl schon auf höchstleistung bin ich war so hier ist einer gespawnt der lila möchte ich meine ich sehe nur vorsicht ich muss drüber ja ja ist bestimmt rausgeflogen der andere ging es dir gerade wieder respawn da hinten ihr habt ihn aber nicht mitgenommen oder bremse ich habe nicht mitgenommen bin eine vorbeigefahre ich glaube hinter mir haben so bist du hinter mir oder hast dich hinter meinen eingeräupt ich bin hinter dir ich bin hinter dir bist du hinter mir ich bin ziemlich weit hinter dir ja ja gut aber du bist geburt ich sehe zumindest noch hast du was getrunken oder so warum fährt vor die schlangenlinie tastatur ja ist ja in ordnung meine frisse sorry dass ich nicht so präzise linken kann wie du die mit logitech dann fahre ich auch so für den lenkrad habe ich keinen platz und dann durch marcel muss auch geradeaus wunderbar deswegen bin ich auch rübergezogen marcel marcel wie schnell fährst du 90 69 90 ich war 69 so du kriegst im mars vorsicht lex habe ich gesehen lkw von hinten ja das ist verstanden wie wir reden alter das ist doch voll an normal warum hast du waren blieb klar ist weil ich auf den standstreifen rüber zieht da wollte auch ein lkw kommen oder nicht also waren blicke macht man nicht nur wenn man anhält diese links rechts kurve die sind aber noch ziemlich weit weg der will eigentlich jetzt kommt jetzt kommt der lilanar mir vorbei ich habe mich eigentlich so schnell fahren ich dachte die auf server ist jetzt das sieht vielleicht so aus als wir das sieht nur so aus weil leck ja alle sind ja laut mir fahren wir mit 69 ich war 90 laut mir lücken wir fahren wir 80 etwa dann kommt noch gleich noch ein gelber da steht nö kein gelber aber irgendein anderer spaß muss ein will einer zur werkstatt wir kommen glaube ich jetzt in amsterdam rhein ja kann man keine machen zumindest sieht mir das so aus wie amsterdam ja müsste eigentlich da ist er wieder vorsichtig bremse scharf mega leck ja ich hatte mega leck ja ich bin ich nämlich bin entnehmen ist der kämpfer seiner scheiß ja ich muss das anhalten weil direkt vor mir einer gespawnt ist habe ich gesehen und jetzt geht das geläge los bei mir nicht cool also ich fahr also ich werde die zur werkstatt wollen die fahren zur werkstatt und ich fahr dann zur zweiten ausfahrt stelle mich dann da sein amsterdam hat ja zwei ausfahrten ich weiß dass die haben die nur einen nein ich glaube die haben zwei ja zwei ich stelle mich zur zweiten ok also die nächste tank ist meine ja ja nicht die 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 bei mir ist das general ja genau vier franks ja hab ich auch weißt du das auch die das mit dem nicht läuft bei der fett ist geworden und jetzt ja es sieben und erster ich so liebe Zuschauer für diese lecks wie es ja gehört hat nächstes Monat ist für mich alles besser hoffe ich ja du kriegst du den Service von mir ich baue es dir sogar ein das du weißt ja ja für den Geld kann er das ja auch verlangen ne für 20 Euro das ist ein gar nichts obwohl das war ein Joke nein das stimmt doch gar nicht du bist in der LP 007 ich sehe den grad gar nicht ich bin am legen und fassen er ist einfach jetzt ein Standbild fast gut 1 8 du Heiland da kann mir noch einer an fahrerhaus fahrwerk und motor alles 100% fett bist du geworden ne 24 ja das ist Amsterdam ne fahr ich da mal rin ja mach das ich fahr weiter ja viel Spaß wie gesagt ich war dann in der zweiten Ausfahrt grüß mir die engländer schön hallo ich hab gesagt ich war dann in der zweiten Ausfahrt ja meine Güte hieß mir nicht gleich ans Bein Mann wenn du es nicht kapierst lol ich hab ne Geschwindigkeitsübertretung bekommen ja nenn mich nicht gleich Arschloch hab ich gesagt warum das liegt weil ich zu schnell gefahren bin ja obwohl ich noch auf der Autobahn war ja ich bin in Amsterdam drinne wo treffen wir uns zweite Ausfahrt bin ich ja ich komm jetzt in Amsterdam rein und das leckt grad ohne Ende bei mir ja jetzt weißt du mal wie es uns geht jetzt weißt du wie es uns geht wo treffen wir uns zweite Ausfahrt dahinten ok dann fahr ich mal raus ich bin grad am gucken wo ist denn nochmal die Werkstatt hier ich weiß gar nicht ist die Werkstatt gleich beim LKW denn da mit drinne K.A. ja ich frag auch gerade Mr. Kehrs Alter was willst du jetzt rechts von mir Protze Entschuldige für diese starken Ausdrücke ja das habt ihr jetzt alles nicht gehört ihr Zuschauer das ist aber echt mal ein Schritt zu weit Paula ja Private Paula ich weiß äh nein ich entschuldige mich schon mal für die Zuschauer das wird bei mir wahrscheinlich noch öfters kommen nein wird das nicht das kannst du nicht bestimmen doch oh bei mir ist das Spiel scheinbar aufgehängt siehst du alles meine Macht alles meine Gedanken wir sind ja eh gleich bei 30 Minuten das ist doch ich würde mal sagen bei 30 Minuten mache ich mal einen Cut und ich warte bis wir alle die wir eingereit sind dann würde ich wo stehst du? ah zweiter Aushalt stehst du mhm ich hab grad los von der Fahrt ja na ich hab mich verabschiedet mein Beziehungsweise meine Rechner hat sich verabschiedet läuft bei dir fett bist geworden echt? läuft bei dir läuft bei dir Junge fett bist du geworden ja ihr kennt liebe Zuschauer ihr kennt das ja sicher auch schon irgendwo ja Jo 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 Da muss ich erst mal anhalten und wo ist denn welche Elke? Die zweite! Ja ja, aber wo ist von mir die zweite? Ja, ich glaube das ist die rechte. Wolltest du denn EU2 wechseln? Kannst du mal kurz auf die Foren gehen von denen? Also Christian? Ja und gucken wie viele User wo online sind. Das weiß ich nicht, wo sehe ich denn das? Ja, auf der Internetseite von denen. Ja, bin ich gerade drauf. Ich glaube auf der COM-Seite oder? Ja. Naja, forum et... Naja, ets2mp.com Und ich versuche jetzt noch die zwei Minuten irgendwie rumzukriegen. Äh, wo seht ihr denn den Schmorn? Wo seht ihr denn den Schmorn hier? Kann ich dir nicht sagen. Opfer, fällt er mir rein. Ich speichere schon mal ab. Die Mat! Ja, ich muss erstmal... Ja, aber bleib noch drin, ich seh nicht wo du bist. Ja, ich speichere ja nur. So, äh... Keine Ahnung, ich hab keine Ahnung. Ich steh an der... Äh... Linken. Wenn du das Navi durchschaltest, das ist das linke Navi. Ich bin schon, glaube ich, zu weit gefahren. Ich fahr gerade über eine Autobahnkreuzung. Eine Abfahrt? Ach ne, eine Autobahnkreuzung. Halt mal kurz an und guck mal, wo du auf der Karte bist. Ja. Dafür muss ich aber erst von der Straße runter. Ja, Standstreifen halt. Ja, und gab's ja gerade nicht auf der Kreuzung. Äh, wie kann ich den Map M, ne? Ähm, ich bin... Äh, ja, zweite Auffahrt vorbei. Ja, das stehe ich. Nein, dritte. Dritte, es gibt keine dritte. Also... Über die A9 bin ich schon gefahren. Hä? Acht, du Highland. Da bist du zu weit. Jo. Egal, bleib da stehen in den Wäser und dann, wenn wir... Die erste aufgefahren, genau, die erste aufgefahren und dann... Ich hab den Schlips, den Fehler, äh, äh, das größte Problem, äh, ich hab nicht vorher abgespeichert, bevor mein Rechner sich gecrasht hat. Ja, es war bei mir auch und dann bin ich trotzdem da gestartet, wo ich war. Hm. Leute, ich versuch's mal. So, EU2 wechseln, ne? Ja, ich muss noch ein paar Sekunden dann kriegen. Können wir einen Cut machen? Gleich, hm, sieben Sekunden. Sieben Sekunden, perfekt. Ja, ich will das halt so einigermaßen genauer haben. Uh, ja, wär sinnvoll. Kurze Pause. GameKeys. GameCards. Gold und Credits. MMOGA. Dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. MMOGA. Dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. DIN Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. DIN. DIN.